Hallo und herzlich willkommen zum nächsten It's Played Part von uns. Wir sind hier immer noch im Nether und sind auf Glowstone-Suche und der Hawk wollte mal eben zurück, um ein bisschen was zu holen. Was bist du? Zurück? Um eine Spitzhacke. Ah ja, genau. Eine Spitzhacke zu holen, weil durch diese ganzen, äh, Dinge, das hier, äh, wie heißt die, netherbricks, nee, nethersteine oder wie auch immer. Doch, netherbricks. Äh, ja, gehen die ganz schön schnell alle, aber ich nutze noch eine andere Gesundheit, eine andere Spitzhacke, die mir dann der Hawk gebracht hat. So, ich muss hier nicht immer mal dran denken, dass ich hier mal so einen Koppelstone setze, damit wir dann wissen, Äh, wohin? So, darum ist ein klein wenig, oh nein, da hat richtig viel sogar. Oh je, hier geht's runter. Okay. Vielleicht sollte er nicht unbedingt direkt hingehen. Oh, das sieht ja auch mal hier. Lieblich aus. Hast du gefunden? Weil ich hab so eine Höhle in der da gefunden. Aha. Ich wette, ich finde, ich bin zurück, Kaby. Joa, was ist das denn hier? So, hier könnten wir dann auch langsam mal, äh, oder müssen wir dann gucken, ob wir dann auch mal hier das Portal hinsetzen. Das andere, was wir noch dabei haben. Ja, aber ein bisschen weiter, da sollte es doch schon weg sein. Ich bin hier total weit weg. Ja, gut, aber dann lass das zusammen machen. Ja, ja, ich weiß. Du, ich hab... Ja, ja. Okay, im Nether kann man ja kein Wasser platzieren. Was passiert eigentlich dann, wenn man im Nether versucht, äh, Wasser zu platzieren? Das ist weg. Okay, gut. Dann mach ich's nicht. Oh, ne, Gas, ey, Verdammt. Alter. Jetzt versuch dein Gas zu üben. Oh, Gas leg. Oh, 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 ja, oh, 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 oh. Hey, I be. Oh, 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 oh. Ich bin der Wader am Arsch, der anc. Also, ich brauch nen Schwert eben schnell, ne Spitzhacke. Ich bin schon auf dem Weg. Okay, du folg dir einfach den, äh, geh die Treppe hoch und es leckt wieder hier. Ja, das ist doof. Also, naja, ich kann die Truhen nicht. Ah, jetzt hab ich mich hier zurück eingelegt. Boah, jetzt muss ich mich erst mal an das Lager gewöhnen. Wo haben wir denn hier? Also folg einfach den, äh, ah, hier ist der Zauberstrich. Aber da passen keine Bücher mehr drum. Ja klar, war jetzt nur noch provisorisch. Okay, dumme Kiste, geh auf. Wo haben wir hier? Hier, Eisen, Gold. Sonstige Erze. Hier ist noch nichts. Craftings da vielleicht. Genau hier. So. So. Äh, nehme ich jetzt einfach mal. Einfach den Cubble Stones folgen. Ja, ich hab die nicht ganz regelmäßig gesetzt. Wirklich? Ähm. Wenn du die Treppe hochkommst, bist du dann nach rechts gegangen, Janu? Warte. Ja, das siehst du dann. Also rechts ist richtig. Also bumm. Ist wieder hier, äh, volle Aufregung und so. Natürlich wieder Mist, get out. Und. So jetzt hab ich eigentlich hin. Ähm. Hä? Hä? Wo ist bitte schön der nächste Cubble Stone? So. Ach du hast den richtigen Treppbruch gebaut? Ah ja, sieht gut aus. Jo. Du hast ja schon was. Gas der. War in der Hölle vielleicht auch so. Wahnsinn. Ne, ich kann nicht. Es war mal richtig ordentlich hin. Ach, ich komme jetzt. Ich bin ja auf dem Weg, aber ich hab mal gegessen, was zu essen mitzunehmen. Ach du. Ich kann mal. Das ist gut. Hast du, wieviel Ort ist, die du jetzt egalst? Wie viel, äh, wieviel Kopf ist und bist du vorbeigekommen? Bis jetzt an drei. Nein. Okay, dann bin ich ja auf den Fersen. Also, war das hier richtig? Nee, das war ja da. Ach, verdammt. Ich hatte so viele wichtige Schrott mitzumelchen auf den ganzen... Ah ja, genau. Ich hab mich ja hier an dem Glowstone orientiert. Ah ja, hier ist die Höhle. Hier ist auch der dritte Cubble Stone. Also auf der Höhle sind, äh... Ah, ich hab mein Staff, ich hab mein Staff. Yeah. Ah, wie klar. Wo kittst du? Ich bin hier an der Höhle, die ich mein. Ich weiß nicht, kann man sich in der da teleportieren? Ah, da, ich seh dich. Warte. Ich muss hinter dich gucken. Och, okay, gut. So, jetzt brauch ich mal erstmal was zu essen. Oh, meine Kekse sind fast alle. Ich hab nur noch so... Die sind jetzt alle. So, jetzt guck mal hier unten rein. Es ist, äh, hier mal, ist nämlich die Höhle, die ich meine. Ach so. Oh, ach du! Gast hat geschossen. Oh! Fuck! Hab ich gar nicht gesehen. Oh! Scheiße, ich hab direkt nie mehr explodiert. Boah, du Jemine. Du mal Gas, ey. Oh, du hast so den Schein gehört, ey. Oh, ja. Boah. Der Kerl, der mal schreiein, ey. Hält, ey. So weit kann man gar nicht schießen, ey. Ich verfolg den Kerl mal hier. Na, 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 na. will ich mich nicht verpissen. Freikling. So, da sieht man nur nach Ehe. Wohl hier. An Powder-On schon wieder ein Geist rein. Da ist so richtig geil, so viel wie die, die hier drum. Und... Also eigentlich finde ich das eine schöne Gegend hier, ne? Ach, hier ist mein Fall. Ja, ich auch. Ah, da bist du ja, da ist das gut. Wir kommen, wir gehen jetzt mal zusammen hier... Oh, ah, die Stockuhr ist aus. Ja, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, wir sind gerade mal bei 6,5 Minuten. Rock, bist du? Ja. Ich hole dir, äh, und das kann los, dann geht noch. Ähm, wo ist... Ach, da bist du, weil du musst mir mal bis zu essen gehen. Und hier kann man auch gut, ja, du hast eine gute Stelle aus, okay. Die kommen nämlich eigentlich recht gut hoch. Sieht zumindest so aus. Ja, kommt nun. So, und jetzt, ja, hier mal hochbauen. So, ich bin jetzt der Aufsammler. Ja, von mir aus, das ist mir, ja. Ich kann den auch aufsammeln. Leider, okay. Leider, okay. So, so. Ja, jetzt komme ich nicht dran. Das Neue hier. So. Okay. Sag ich mal, auch so Spaß, weißt du, so einen, so einen, äh, Menschen anschlagen? Nein, 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 bitte nicht, weil die Grafen sind beide an. Oh, schade. Ich denke, es wird mal später. Ja, das ist sowieso zu gefährlich. Ja, weil hier sind so viele. Wir wollen bei ihr vielleicht unser Portal in den Bord. Nee, weiter weg, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir sind gerade hier schon so gut beim Glowstone suchen. Kannst du mir bitte ein Dust geben? Danke. Wofür? Dann habe ich hier noch einen voll. So, ich habe jetzt 47 Glowstone-Böcke und acht bitte was zu essen, ne? Das ist noch wichtig. Okay. Okay, 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 bleib stehen. Danke. Dann musst du hier eins zu Hause umsichten, Gott. Da oben ist noch Glowstone. Jo, ich gebe während des mal in die andere Richtung und wollen da auch ein bisschen losgehen. Ähm, Nils, warte mal kurz, bitte. Wie machen wir das? Jetzt suchst du weiter Glowstone und ich suche eine schöne Stelle, wo wir hier dann das Portal tun. Ähm, ja, können wir machen eigentlich. Oder nee, ich würde sagen, wir suchen die Stelle. So weit, ich gehe nochmal eben kurz. Ah, verdammt. Oh, nein, das ist ziemlich gut Glowstone platziert. Oh, 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 oh. Ich gehe jetzt nochmal hier gucken und dann gehen wir zusammen, äh, eine ordentliche Stelle so. Da oben ist noch was. Die ist eine Glowstone-Reiche Gegend, das ist gut. Vielleicht, uh, uh. Vielleicht, äh, treffen wir auch mal auf, ah ja, hier. Okay, äh, auf Dingensinn, wie heißt es denn, äh, eine Fistole, wenn ich hier so rumlaufe. Oh, oh, alter. Weißt du denn noch überhaupt, wie es zurückgeht, Hork? Ich nämlich nicht mehr. Ich weiß die grobe Richtung, ja. Alter. What the fuck? Was ist das? Oh, oh. Oh, komm, genau über mir ist ein Garst und ich will, ich hoffe jetzt, er sieht mich nicht. Okay, der ist, das ist ja mehr ein bisschen zu hoch und zu eikel. Ah, der, der hier ist gut. Der da. So. Hallo Garst. Ich tue dir nichts. La, 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 la. Oh, wa. Kommst du vielleicht auch runter, du Feigli? Ja, die verpissen sich immer so nach, äh, ganz oben. Ist immer blöd an denen. Oh, ja. Ja, noch eine Träne. Und wie viel hast du? Eine. Ich hab drei, gut. Ja, zum Beispiel in, äh, in, wie heißt das, in der Epic Jump Map, die wir auch, äh, parallel hier zocken, beziehungsweise mit dem Max von Assassino 89 Tutorials, äh, also Let's Play, müsstet ihr eventuell kennen. Also nicht Assassino 89 Tutorials, sondern, ähm, äh, das Let's Play. Und da gelten ihr Gastrennen als Bonuspunkte, beziehungsweise als Siegespunkte. Genau. Das finde ich auch eine gute Idee, nicht immer nur einen Diamanten. So. Alter, das sieht ja mal episch aus. So, ich lass jetzt hier einfach. So, was sieht denn episch aus? Eine Höhle? Ne, was ich gefunden habe. Oh, hier nochmal 16 Glowstone. Ähm, 63 schon. Ich hab' ein schönes Someday gemacht. Ja, wenn wir jetzt die Funktion hätten. So, yeah, wir haben, äh, ich hab' ein Stack Glowstone, äh, Dingens, und jetzt noch. Äh, dang. Und jetzt noch zwei, also, äh, 66 jetzt. Oha. Ich hab' 16. Da hat das wie geschossen. Ich hab' 16. Ähm, okay. Natürlich vorbeigeschossen. Alter, kann ich auch mal treffen. Okay, ja, ist abgefreckt. Da flogen wieder und runter. Wie kommt man denn an der Lava mal hier vorbei? Ich hab' mir immer ein Verrunden, die ich hier muss, um eine solche Lava-Quelle umzuqueren. Ah ja, noch ne, äh, noch ne Gast hier. Heute läuft's ja richtig gut. Ja, das ist richtig gut. Kann man sich in Nether teleportieren? Nee, war. Ich glaub, das ging. Aber man konnte, stimmt, man konnte sich nicht mehr von, äh, Hauptwelt in Nether-Welt ziehen. Doch, das geht auch. Ach so, ja, ich weiß nicht. Den hier wollte ich ja irgendwie nicht mitnehmen, glaub ich. Ja, okay, der ist, obwohl, man, der sieht sich so, der sieht sich so anbietend aus. Obwohl, hier, hm, mich hier rund 4 unterfliegen lässt dann. Und hier ist so viel Lava-Region. Nee, lass mich da. Oh, mein letzter Keks. Verdammt. Soll ich mal aufpassen, ey? Ansonsten muss ich doch noch ein paar, äh, Zombie-Pigmen killen, damit ich Rotten vielleicht, äh, äh, essen kann. Ich kann dir aber noch einen Aufmerksamkeit geben, wenn wir uns wiederfinden. Joa, und das mit einer Herausforderung. Ah, ich hab hier ein Ding. Ach, die Höhle hier. Vielleicht könnt ihr sogar in die Höhle das Portal bauen. Ja, ja, sowas in der Art fände ich auch gut. Hier ist noch, äh, anbietend. Netzer Glowstone. Oh, genau. So, also das sind jetzt erstmal hier so ein paar Netzer-Folgen. Und wo wir jetzt hier Glowstone-Farm und so. Ne? Also. Oh, toll. Jetzt meine ich wieder. Boah, ich hab das auf. Boom, 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 boom. So, hoch stacken, hoch stacken. La, la, la. Mach dir nichts bis jetzt. Wo bist du? Ich bin hier, äh, bei der Höhle und ich bin, hab mich grad so ganz hoch geslackt. Also wenn du hier irgendwie Glowstone runterfallen siehst, beziehungsweise weniger werden wie Glowstone. Und so ein Stäbchen dann lehnen und, äh, weißt du. Ja, ich sehe bis jetzt nur Pigmen und irgendwelche Bilder, die sich aneinander weinen. Also leckt's bei dir. Ja. Oh, bei mir läuft's jetzt zum Glück flüssig, nachdem ich mal neu gestaltet. Ja, nachdem sie neu gestartet hat. Ja, nachdem sie von dir. So. Wo bist du? Ich bin hier, jetzt steck ich mich grad wieder herunter. Ach, ich seh dich. Ah, das ist gut. So, Glowstone, 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 Glowstone. Aber ich find die Höhle ist noch ein bisschen zu nah. Ja, das stimmt. Oh! Wer, welches Vieh hat mich grad angegriffen? Was? Du standst in, äh, Feuer. Ach so, hast du den jetzt angesagt? Gib mir bitte mal die, äh, Glowstone, weil die hat sich nämlich alle. Da hier, das waren zwei Stacks. Warte. Ich war nämlich grad am Craften. Ne, 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 äh, die nicht. Ja, am Full, die kannst du mir auch geben. Wollte grad sagen, was ist denn da an der Unterschied? Ja, ich mein, äh, den Dust. Ja, du hast. Dafür hab ich hier doch 22 Minuten. Ach, ja, hier. Da musst du eigentlich zwei, äh, Stacks haben. Ah, ja, genau. Yeah, jetzt zum Beispiel schon fünf. Boah, hä, hast du jetzt, du musst mehr als, du hast jetzt zwei Stacks und 22 im Endeffekt? Nö, ich hab nur 22 Minuten. Sind die jetzt in der Lager, äh, äh, im Feuer verbrannt oder was? Hey, ich hab die doch grade gecraftet. Ach, du hast die gecraftet, okay. Ich dachte, du hättest jetzt, äh, mir die, äh, gegeben wie du, äh, auf den Weg gebracht. So, kannst du mir dann vielleicht noch ein bisschen was zu essen geben? Oh, und ich seh grad, die Folge ist schon wieder voll. Bankerock, essen werden wir dann beim nächsten Mal. Und ja, damit bleibt uns so was zu sagen. Hoffentlich schaut ihr beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Und? Ciao.